Hallo zu einer weiteren Folge Ghost of Tsushima auf der Insel Iki. Es geht weiter, der Adler ist besiegt, trotzdem habe ich noch einiges hier zu erkunden und ich habe mich auf die Suche gemacht nach den Sakaibanern, ich habe mich auf die Suche gemacht nach den Iki-Aufzeichnungen. Ich denke, da gibt es aber schon genug Videos oder Informationen im Internet, wo diese zu finden sind. Ich reite jetzt stur nach vorne und sehe von der Weite einen Leuchtturm. Hat mich etwas gewundert hier auf der Insel Iki. Und Gegner! Ja, ich habe schon länger hier nicht mehr gekämpft. Hin und wieder stehen am Rande bzw. am Weg Mongolen zum Töten bzw. öfters sind auch einfach Bewohner, die man retten kann. Mehr habe ich sonst nicht mehr auf der Insel Iki gefunden und ich reite hier schon länger durch, da ich ja die ganzen Iki-Aufzeichnungen suche und auch die Sakaibaner. Deshalb wollte ich eigentlich auch hier hin, wo ich jetzt den Leuchtturm gesehen habe. Das ist der Yahata-Leuchtturm, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche. Der befindet sich hier, nördlich von der Insel Iki, ganz im Norden. Dann entzünden wir ein Feuer. Naja, ich habe mich hier gleich so nebenbei schlau gemacht, weil bisher hatte ich nur einen Leuchtturm gefunden auf meiner langen Reise auf der Insel Iki. Gelesen habe ich was von zwei Leuchttürmen. Somit ist das hier eigentlich der letzte. Ich versuche hier irgendwie reinzukommen. Das ist das andere Problem. Ja, ich werde schon einen Weg finden. Vielleicht muss ich hier rauf. Naja, da gibt es nichts. Ich schaue mich einmal um. Ich werde einen Weg finden. Auf der Suche nach Sakaibanern oder Iki-Aufzeichnungen ist es am besten, die Tracht des Reisenden zu tragen. Da vibriert der Controller. Wenn ihr in der Nähe seid. Ich schaue jetzt da einmal um die Ecke. Das gibt es ja nicht. Ich musste mich nur wieder umziehen. Immer wenn ich Gegner sehe, ziehe ich mich dann wieder um. Und da ich meistens, jetzt fängt es auch noch zum Regnen an, Ich spiele ein Lied, sonst sollte eigentlich wieder die Sonne aufgehen. Was noch ein Vorteil ist bei der Tracht des Reisenden, dass der Wind einen leitet. Und somit findet man die Iki-Aufzeichnungen und die Sakaibaner eigentlich sehr leicht. Manche sind sehr gut versteckt. Es gibt dann noch ein paar Kopftücher oder Helme. Die muss man dann mit einem Technikpunkt freischalten. Hier. Das gibt es ja nicht. Jetzt muss ich euch unterhalten, während ich hier einen Weg suche. Seid nicht zu streng mit mir. Ich war jetzt etwas krank und freue mich natürlich jetzt wieder spielen zu können und neue Videos zu kreieren. Ihr könnt euch auch. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon verraten soll. Ich weiß nicht. Ich bin ein Plappermaul. Ich verrate es euch. Und Marvel war ja erst ein Thema auf meinem Channel. Ein großes Thema. Guardians of the Galaxy hat echt Spaß und Laune gemacht. Und da es so viel Laune gemacht hat, habe ich mir gedacht, warum nicht noch einen Marvel? Der ist schon ein Jahr alt. Also jetzt wird er ein Jahr alt. Trotzdem ein guter Marvel. Und mehr möchte ich noch gar nicht dazu verraten. Ich bin noch am überlegen, ob ich auf Twitch streame. Da ja die meisten oder viele sich gar nicht mit Twitch befassen, die jetzt nicht im Gaming-Bereich sind. Und deshalb erscheint es sowieso dann auf meinem YouTube-Channel. nur es können sich dann Interessierte auch den Online-Stream direkt auf Twitch anschauen. Zwei Wochen lang. Und ich möchte euch jetzt hier nicht mehr aufhalten. Machen wir weiter mit dem Reichturm. In Vardragons bin ich auch am Herumbasteln. Da fehlt nämlich der Online-Stream für den Winter noch. Und der wird wahrscheinlich dieses Jahr ausfallen, was ich bis jetzt gelesen habe. Ich versuche jetzt hier ein Loch zu schießen vielleicht. Ah, jetzt komme ich rauf. Ich habe mir ja gedacht, die Löcher schauen so aus, als könnte man hier klettern. Nur irgendwie bin ich nicht hochgekommen vorher. Also einfach einen Pfeil drauf schießen. Und dann kann man jetzt, ja zwei, komm schon, nicht nochmal runterfallen. Leuchtturmfeuer entfachen. Das wird jetzt ein schönes Feuerwerk. Nein, ein Feuer. Kein Feuerwerk, aber es sieht schön aus, finde ich. Dann noch kurz zurück zu Marvel's Guardians of the Galaxy. Das Plus-Spiel hat auch einiges drauf, muss ich sagen. Da werde ich sicher auch noch einen Stream machen. Oder ganz normale Folgen auf meinem Channel. Eine Folge mit den Outfits wäre nämlich auch nicht schlecht. Ich bin wieder voll da und, ja, mir geht es wieder gut. Und bin am Herumexperimentieren. Gainsleek ist einfach wunderschön. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Deshalb schaue ich mir immer gerne die Aussicht an. Und jetzt geht es runter. Ich bin ja eigentlich hier wegen einer IQ-Aufzeichnung. Die könnte hier im Halbstock schon liegen. Deshalb schaue ich mich gerade um. Okay. Hier liegt nichts. Also ich sehe nichts. Ich schaue nochmal rauf. Auf die Fässer kann man auch nicht springen. Dann runter. Das gibt es ja nicht. Die liegen meistens in der Mitte. Jetzt schaue ich nochmal von oben. Nein, hier liegt nichts. Definitiv nichts. Bin ich jetzt unten eingesperrt? Nein, ich sehe schon. Mit R2 konnte ich was sehen. Somit kann ich anscheinend runter. Und wer sagt es denn? IQ-Aufzeichnungen. 14 von 25. Da habe ich noch einiges vor mir. Dafür eine Kiste. Mit der Tracht des Reisenden geht das aber echt schnell. Ich habe nämlich vorher diese Kai-Banner gesammelt. Und ja. Eines nach dem anderen. Das heißt, hier mit dem Haken kann ich hier alles einstürzen lassen wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob der Leuchtturm das aushält. Ja, ein kleiner Spalt. Ich dachte wenigstens eine Tür. Das Feuer ist entfacht. Der Leuchtturm ist abgeschlossen. Sollte jetzt auf der Karte auch so angezeigt werden. Ich schließe hier noch das Video vom anderen Leuchtturm an. Hier ist ein unentdeckter Ort. Sehr gut, Zora. Das wollte ich Zora nicht antun. Das sind ja Gegner. Ja, da könnte ich jetzt Zora gut brauchen. Ich habe jetzt den Kalisman, der Marschierer. Und wenn ihr seht, ich bin traust. Und ich brauche zwei Entschlossenheit. Dafür sind die perfekten Paraden und das Ausweichen beziehungsweise ist das Zeitwinster verlängert. Was natürlich im Kampf gar nicht so schlecht ist, wenn die Entschlossenheit natürlich auch wieder zurückkommt. Weil zwei Entschlossenheit ich muss mit dem Kalisman eher bei Bosskämpfen als bei einem normalen Kämpfen. Naja, den hole ich hier noch. Dann habe ich wenigstens einen Punkt zurück und jetzt sind oben sitzen ist das empfällig. Nur ärgerlich, mehr nicht. Hier darf man halt auch nicht vergessen zu plurieren mit dieser Rüstung. Nur blocken hilft nicht. Jetzt dürfte ich den Leuchtturm betreten können. Ich loote hier noch etwas. Loot gibt es in letzter Zeit nämlich immer weniger bei den Gegnern auf der Insel Icky. dann hinauf und das Feuer entzünden die Landschaft beobachten Icky-Aufzeichnungen die nehmen wir natürlich immer mit östlich das ist der Diebesroh Leuchtturm so heißt er in der Nähe von der Zaschubucht Ich dachte eigentlich Leuchtturme gibt es nur auf Tsushima und hier kann ich das Leuchtfeuer entfachen Ich habe ja schon sehr viel erkundet vom Icky und ihr seht die schöne Aussicht wunderschön gemacht Ich würde sagen wir belassen es bei der schönen Aussicht heute und ich würde mich freuen wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid auf der Insel Icky mir wird sicher noch etwas einfallen hier sollte es wirklich nichts mehr geben dann gehen wir zurück auf Tsushima und machen dann in Akt 3 weiter wo dann komplett neue Videos entstehen werden Ich gehe weiter auf die Suche und wünsche euch alles Liebe Tschüss